Yo Leute, was geht ab? SkatePicks, AkaSkate, darf euch herzlich willkommen heißen hier auf dem GRK-Snapping-Channel zu TopTen. Clips auf dem Monat, auf dem Month und damit die Stimmung hier erstmal richtig heftig eingeizt wird, kommt erstmal ein Freestyle hin. Die AK und du bist eh, bist das Serping-Team auf der Welt und wir überholen jetzt die Hater. Skr, skr, ba-ba-ba, da wieder Parts mit der Millie, ah ja, skr, 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 can't believe, believe, yeah, skr, skr, skr. Und damit schauen wir auf jeden Fall mit Nummer 10. Der zehnte Clip, also der allererste Clip in diesem Video, ist von GK, denn er spielt hier Black Ops 4 Blackout und da gönnt er sich erstmal den ersten Accross Map auf dieser großen Map, der da auf jeden Fall im Auto sitzt. Dann macht er da irgendwelche komischen Bewegungen, damit die Leute da denken, ey yo, guck mich an. Und dann fliegt er auf jeden Fall in Helikopter, er scoped, 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 schießt, schießt, hitmarker und er trifft ihn und hat ihn gebangt und macht nochmal so ein paar Zeichen und yeah, 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 er hat ihn auf jeden Fall getroffen. Richtig krasser Clip. Und dann kommen wir schon zum neunten Clip. Der Clip ist auf jeden Fall von Rex. Seine Introducing habe ich auch editiert, hier auf der Map Favela in MW2. Er rennt los, keine Ahnung, und trifft ihn across der Map. Ich kenne die ganze Bezeichnung nicht mehr, ich spiele schon längere Zeit nicht mehr, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall hier nochmal die Killcam und boom, across der Map, bangt der Gegner richtig, auf jeden Fall richtig cleaner Clip hier mit Reload. Auf jeden Fall richtig nice, verdienter Platz Nummer 9. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Hier haben wir den guten Preezy auf der Map, firing range in BO4. Er macht Reload, Cancel, Reload, Cancel, wechselt wieder zu Sniper. Ich glaube, das war sogar Neck, weiß ich nicht, auf jeden Fall wieder. Und neckt ihn und tittet ihn over the wall, wall bang. So war das, glaube ich, ja. Auf jeden Fall richtig clean. Over the wall headshot war das sogar. Hier sehen wir nochmal die Kill, ne, die Killcam kommt nicht. Ist BO4, scheiße, ist leider so. Trotzdem auf jeden Fall richtig nicer Clip. Verdienter Platz Nummer 8. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 7. Der Clip ist von Kazmu, ebenfalls auf firing range. Der Clip wird auf jeden Fall im Stream erspielt. Könnt ihr in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ist der offizielle GAK Twitch Channel. Der wird jetzt öfters gestreamt. Und könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, lohnt sich. So, habe ich fast den Clip vergessen. Es war auf jeden Fall ein Single, Triple, Single, Five on, wie er das meint. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall richtig kranker Clip. Er meinte auf jeden Fall fast ein Code Colette. Und dann wird es wohl so sein. Krass auf jeden Fall. Verdienter Platz Nummer 7. So, kommen wir zu Platz Nummer 6. Und Platz Nummer 6 haben wir einen neuen Recruit von GAK. Willkommen im Team. Und wir sehen hier einen Windows-Shot auf Stand-Off. Richtig clean. Hier sehen wir nochmal die Killcam. The Final Killcam. Auf jeden Fall richtig krass. Das ist The Final Killcam. Bam, springt aus dem Fenster und dann macht er hier einen Neck. Und bam, hat er ihn gebankt. Dann hat er ihn geowned. Auf jeden Fall richtig nice. Richtig nice. So, und dann kommen wir schon zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist von Access NPO4 auf Payload. Er regeneriert sich hier ganz kurz. Holt den ersten. Holt dann fucking Triple Colette. Holt den fünften. Bam, das war auf jeden Fall ein richtig nicer Clip. Verdienter Platz Nummer 5. Und dann würde ich sagen, geht's ab zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 ist auf jeden Fall ein BO4-Clip. Ein Quad-Headshot. Let's go. Die Clips werden ja immer krasser. Holt den ersten. Erholt den zweiten. Und den dritten und den vierten. Richtig nicer Clip. Verdienter Platz Nummer 4. Und würde ich sagen, geht's schon wieder zu Platz Nummer 3, Leute. Es wird immer krasser. Haltet euch fest. Platz Nummer 3. Der Clip ist von Justin MW2. Erholt den ersten. Er fängt schon gleich an den zweiten. Erholt den dritten, den vierten, den fünften. War das ein, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ob er gerade zwei in einem geholt hat. Auf jeden Fall richtig krass. Man, warum rasierst du so, Alter? Auf geht's zu Platz Nummer 2. So, da sind wir auf jeden Fall bei Platz Nummer 2 angelangt. Hier auf Summit im BO4 von dem Spieler Shizzo. Das ist ein Five on Times Two. Leider gesplittet. Aber auf jeden Fall richtig krass. Hier sieht man, wie er auseinander nimmt. Boom, man. Richtig krass. Ich bekomme nicht mal einen Quad-Hit. Und dann nehme ich ihn auf und speichere ihn irgendwo auf dem PC. Ja. Platz Nummer 1. Es ist wieder von Prissy hier auf WND im BO4. Er guckt seine Trice an, beziehungsweise er tried. Erstmal und guckt dann, wo der Gegner ist. Und gleich sieht man, der Gegner da hinten laufen. Across the Map. Er guckt, er guckt. Boom. Weverse call-outet jetzt auf jeden Fall, dass er hochkommt. Und jetzt fängt er an zu tryen, Alter. Jetzt fängt er an zu tryen. Komm, 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 los, 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 los. Und boom, er hat sie gefickt. Across the Map. Man, Setup, Leute. Das ist GRK. Alle rasten aus in der Lobby. Oh mein Gott, jetzt muss nur noch die Killcam kommen. Bitte kommt die Killcam. Bitte, bitte, bitte. Und es kommt die Killcam. Hier nochmal die pure Zerstörung aufgenommen. Der Clip ist auf jeden Fall aus dem letzten. Row to Killcam. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken hier auf dem GRK-Channel. Oh mein Gott, er zerberstet. Alle Teammates kommen jetzt nochmal zu ihm. Richtig nice, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Und folgt diesem Channel für weiteren Content in COD. Und was soll ich dazu sagen? Abonniert mich. Und halt rein.